Liebe Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play. Ja, ja, bitte. Hallo, Herr Schein. Hallöchen. Ähm, und ich habe Dennis vorher geschrieben, er ist gerade unterwegs. Er ist nämlich irgendwo einkaufen oder so, der kann leider dieses Mal nicht mitspielen, aber wir werden hoffen, dass er das nächste Mal mitspielen kann. Jetzt sind wir irgendwann. Ja, egal. Dann haben wir schon so richtig dick die Ausrüstung, der ist einfach nichts. Das passiert mich nicht. Statt, dass man sich nicht gegenseitig kennen kann, so. Scheiße, ich hätte dich schon tausend Mal gefiltert. Ach, vielen Dank, hab dich auch lieb. Ja, ja. Döp, 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 döp. Oh, ich bin ein Monster-Lag. Jetzt fängt es bei Ditchi wieder an zu lecken, oder was? Ne, 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 das, was richtig so ist, ist kurz stehen geblieben. Okay. Ja, wie ist jetzt aus, aber das machen wir jetzt. Äh, das ist eine gute Frage, denn ich habe dieses verdächtig aussehende Auge, ruft das Auge von Citalulu herbei, keine Ahnung, wie das heißt. Wirklich? Ja, Citalcho, glaube ich, ich glaube, das wird so ausgesprochen, keine Ahnung. Ist es gerade nachts? Ja, ne, es wird gerade wieder Tag. Okay, das Auge von Cuccululu, oder wie das heißt, das kann es nur nachts rufen. Okay. Soll ich mir dafür vielleicht einen Bogen machen, oder? Ja, am besten den besten, den du machen kannst. Ah, okay, Moment, Platin holen? Äh, zweite Kiste, oder? So, Platin-Baren, Tanksten-Baren, Eisen-Baren, Kupfer-Baren, einfach mal alles mit. Äh, so, schauen wir mal. Äh, Candle, Platin, oh, ich könnte Platin-Rüstung machen. Uh, ja, mach besser, du brauchst Hartrüstung. Oder einen Platin-Baren, oder einen Platin-Shortsword, oder einen Platin-Baren-Sortsword, also Breitwert. Wozu braucht man Pfeile? Wie bitte? Wozu braucht man Pfeile? Äh, wie macht man Pfeile, weißt du das noch? Pfeile? Ja, ich könnte, ich könnte ein paar herstellen, Moment, ich muss noch ganz noch. Wie, um Rote, brauchen wir was Pfeile, Stein und Holz, ja? Äh, schon. Oder, kann ich euch herstellen? Nee, kann ich gar nicht. Okay, lol. Gut, ich geh mal Holz holen. Platin-Boards, Reitschwert, sehr gut. Vielleicht die Bäume wachsen einfach nur so langsam. Ja. Kupferspitzhacke. Kupferspitzhacke. Kupferspitzhacke von Anfang an. Ja, ich weiß. Und ich habe ja auch meine geile Tanksten-Spitzhacke, die dämonische. Fixed, by the way, spitzhacke, müssen wir auch eine neue machen. Ah, ja, hast du eigentlich vorgehabt, sagen wir so. Schon, was weiß ich, wie viele folgen. Ja. Äh, gut. Fünfer per Fünferfer. Ja, okay, dann machen wir sich erstmal die Ding. Platin-Stiefel. Ich will hier in Ruhe Holz farmen. Tanksten-Helm. Tanksten auch noch etwas. Eisenkette, was bringt sich das? Can we climb down? Okay. Oh, ein Kochtopf. Huch! Fuck you, Glimmer! Oh, Leute, was ist das für ein geiler Helm? Tanksten. Tanksten-Helm. Warte, du brauchst noch eine Eisenrüstung. Nimm die 52 Eisen. Warte, ich würde hier mal Pfeile machen. Pfeile? Stein, haben wir Stein? Stein? Sollten wir eigentlich haben, ja. Nur in welcher Kiste? Frag mich nicht. Wo ich sie gerade platziert habe. Doch, da. Ich glaube, das ist Cobblestone. Steinblöcke, ab welcher dann schon? Steinblöcke. 64 habe ich noch. Ja, ich habe schon nicht verstanden. Ja, das F kann auch. Ah, ja. Holz und... Ich meine, es sind alle Pfeile, die ich kann. So, ich habe jetzt nochmal 200 Pfeile. Holz und Stein braucht man, oder wie? Ja. So, ich habe jetzt 587 Pfeile. Sollte reicht. Brauchst du auch welche? Ich mache mir selbst Holzpfeile. Du brauchst den Stein zu. Hab ich. So, 150 Holzpfeile werden reicht. Da kann ich mir Eisenrüstung machen, eine komplette. Ja, mach, deswegen habe ich dir ja das Eisen gegeben. Schnauze. Ich habe schon Eisen. Ich habe nur eine Brustplatte. Und das kann ich mir keine Hose mehr machen, so. Die drei Abwehr, die drei Abwehr, die zwei Abwehr. Ja, warte, ich habe noch einen Ausrüstungsgegenstand für dich, diese Fesseln. Wo sind die da, Fesseln? Fesseln, ja. Plus vier auf Abwehr. Ja, wo bringen die? Fesseln, wütend. Das ist Holzwand. Geben wir da das Stein auch. Ähm, ich kann das Ding nicht ausrüsten. Äh, das musst du bei dir in Ausrüstung dritte von unten. Ja, das kann vielleicht sein, dass ich da schon nichts drin habe. Achso, was hast du denn da drin? Äh, ich habe eine mit drei Abwehr drinnen. Okay. Nimm lieber die mit der Abwehr. Ja, okay, dann, wenn du es nicht brauchst, dann kannst du es wieder weggeben. Fesseln, füllen. Hast du noch nur der Stein? Ja, 519 Stein, leck mich am Arsch. Äh, plus eins Abwehr plus... Ah, danke, die kann ich austauschen. Alles klar. Haben wir noch, äh, Dings? Tanks oder Platinum? Ne, gar nichts noch mehr Kupfer. Shit, Alter. Ich werde jetzt immer mal schauen... Ich könnte dir mein Platin-Kurzschwert geben, aber... Naja. Ich habe ja mein Endbombe-Schwert. Okay. Terraria... Oh, die Bewelle werden also kaputt. Ich verstehe. So, Kingsland ist die Frage. Wie haben wir den zum Spawnen? Was brauchen wir dafür? Äh, was für ein Ding? Ah, gar nichts, gar nichts. Na super, jetzt habe ich ein Scheiß-Gefühl. Äh... Ja, wenn er nichts schafft, dann... Dann, ja. Was ist das? Eine Pfeilfalle. Aha, auch nice. Da, genau das. Genau das wollte ich von. Aber ich schaue nicht rumlaufen oder so, ich bin da lang. Schaum nicht etwas ganz Bestimmtes. Oh, ich mag einen Holz-Boomerang. Nee, danke. Zombie-Banner. Aha. Teal-Meshroo. Ich brauchte einen türkisenden Farbstoff herzustellen. Okay. Oh. So, ich sortier mal wieder die Kisten. Globs, München, Münzen, schwacher Heiltrank, Slime-Hook, Ninja-Helm, Ninja-Hose, Ninja-Shirt und Slime-Banner. Bitte fürs? Ah, nichts. Was ist jetzt eine Ninja-Rüstung oder was? Nee, nee. Ah, ein Gold in einer Kronleuchter. Yay. Sexy. Norbert? Ja? Ich brauch 30 Gold. Ich hab nur 10 Gold Münzen, aber... Nein, Barren. Haben wir überhaupt Goldbarren irgendwo? Ob. Warum nicht? Ob haben wir nicht. Zum... Wieso sind wir Goldbarren geworden? Keine Ahnung. Überfläche? Fangen wir mal so an. Wir hatten sicher irgendein Gold gefunden. Ich kann mich nicht mehr dran rinnen, um ehrlich zu sein. Shit. Wieso? Wohinzu brauchst du das Gold? Ach, nichts, nichts. Das wird sich dann schon zeigen, wenn es so weit ist. Nein, nein, nichts, Mama. Hat dir auch gerade jemand in Skype geschrieben? Äh, nö. Tatsächlich nicht. Okay, dann wird das der Sascha sein. Schau mal. Ja. Ähm, ja. Gut. Was machen wir? Ich mach mir nur noch Pickaxe. Was würd ich machen? Und zwar mach ich mir die aus... Äh, Eisen. Kann ich nicht herstellen, ich brauch Holz. Oh, da ist wieder dieses sexy Muck-Herl da. Äh, die, ähm... Na? Ich glaub 16... Ich glaub 16... Ist das schon 16-Bit oder ist das noch 8-Bit? Ich glaub, das sind schon 16. Okay. 8-Bit hört sich dann, glaub ich, doch schon noch ein bisschen pixellig an. Ich kann sich, ich muss ich pizellig an. Ach, egal, ich frag lieber schon. Du weißt, was ich mein. Ja, ja. So, soll ich Gold suchen gehen, oder was? Ne, ne, wir bräuchten 30 Goldbarren, das wäre einfach zu viel. Jo, 30 leck mich am Arsch. Und dann so, wenn's so nebenbei, wenn sich's ausgeht. Ich hab' Arsch, von wo soll ich 30 Goldbarren herzahbern? Ja, wenn's sich's ausgeht, dann machen wir das. Okay. Okay, aber... Ach, warum kann ich das Holz nicht aufnehmen? Wo bist'n du jetzt? Ach, da, vorne, okay. Ich hol' noch ein bisschen Holz. Komm, nicht irgendwie Holz nach uns? Ah, doch, haben wir hier die Setzlinge. Okay. Ja, eh, aber irgendwie so... Ist's mau, oder was? Ja, es ist irgendwie so. Ein Wurm! Tot. Hallo? Ich sitz jetzt über eure Bäume. Oh, du kleiner... Greenpeace-Aktivist. Schnauze-Aktivist. Und der Schneebium. Ich komme. Oh, Pilz. Hallo? Pilz. Fahren wir im Schneebium schon eigentlich weiter? Ähm... Ich glaub, wir sind in die geile Höhle reingegangen, aber weiter, glaub ich, sind wir nicht gegangen. Nur dann. Auf was, würd ich sagen, oder? Bäume gibt's hier auch. Natürlich, ich mach mir noch schnell eine geile Pickaxe und dann komm ich. Jo, mach das. Ich tue hier so lange Bäume fällen. Okay? Pickaxe. Wo sie viele Eicheln. Bitte? Eicheln. So einpflanzen wieder. Viel Holz bringt er aber nicht. Ok, also meine Eisen-Pick-Axe macht im Endeffekt nichts. Sie ist nicht verzaubert oder so. Schade. Egal, besser als die davor. Bist du da irgendwie zerbrochen, oder? Ne, da hatte ich irgendwie minus 20 Schaden und minus 15 Geschwindigkeit. Autsch. Rot. Rot den Heiden. Rot. Oh, ich höre dich da heranspringen. Ich laufe jetzt einfach weiter, wenn du siehst du nicht. Oh, bis hier waren wir schon. Oh, ja, da bin ich schon mal weitergelaufen. Echt du? Ich noch nicht. Ja, ich glaube schon. Bist du da vorne und dann nicht mehr. Ja. Oh, mein Gott. Okay. Ich fahst ab. Genau, ja. Weil hier hört meine Map auf. Oh, das ist noch eine Höhle. Höhle! Oh, hallo! Oh, ist leer. Wo hört deine Map auf? Achso, die Map, die du mit Tabulator öffnen kannst. Richtig. Stapher. Was baust du da? Gar nicht. Ich habe mir ein paar fucking... Ich habe mir das geschaut. Ist ja in der Höhle, oder was? Ah, du bist wirklich in der Höhle. Ja. Ich dachte, du bist weitergelatscht. Oh, zerschlagen, was da ist. Ich habe gerade irgendwas gekriegt. Da unten ist was. Wo? Unter mir. Oh, Tatsache. Ja, warte, ich komme rüber und wir graben uns nebeneinander runter. Warte, ich muss gerade schauen, was ich geschickt habe. Irgendwas mit Eisen oder Eis? Wahrscheinlich Eis. Eishauptdrank erhöht die Abwehr um acht, fünf Minuten Dauer. Kann nützlich werden. Na ja, oben acht ist schon ein starkes Stück. Kannst du dann diese Dinger platzieren nach oben? Ja, mach ich dann. Ach, das ist dieses Ding. Okay. Okay, und jetzt nach links. Jo. Halt, jetzt geht es gleich viel besser mit der P-Gigs. Soll ich platzieren mal die Dinger? Ja, danke. Platzier solange mal ein paar Fackeln. Na, haben wir es? Soll man dieses Ding nicht abbaut macht, kriegt man ja keinen Schaden, oder? Oh, schau mal unter uns. Uh, so ein Seelenfresser, oder was? Oh, der mit mein Spiel hängt. Echt? Wir sind in der Corruption, Norbert. Oh, nice. Na dann, auf auf. Lass mal den Typ ficken, lass mal den Typ ficken. Standard, oder? Komm, bei mir, ich rechts und links. Okay, wir können das Ding nicht abbauen. Fuck. Plan B, geh da raus. Plan B, geh raus. Äh, die kommen wieder rein. Booyah, bitch. Oh fuck. Du hättest es vielleicht da ins Loch reinwerfen sollen. Schnauze halten, ich hab genug davon. Und nochmal, bitte. Eine kommt noch nach, komm. Booyah. Booyah. Hey, die macht Schaden. Ato. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, du hast es auf mich abgesehen, oh ja, ich weiß, du willst. Da, komm her. Da. Da, die Motherfucker. Da ist so eine Google, Norbert. Das ist so eine Google. Das ist so eine Google. Da, komm hör dich zwei, pack her. Bye. Wahoo.